so ein wunderschönen tag heute auf meinem kanal pldente das ist die vierte folge von modpack agreeance guys aus dem videobeast launcher und ja ich habe gute laune heute und aufnahme läuft kurzer lecker anfang normal und ja was gibt es zu tun heute questburg wir gucken einfach schnell rein so was haben wir alles melting stone können erst machen wenn es regnet survival is not taste das können wir machen ein sifter brauchen wir dafür und den mache ich doch gerne wie macht man dich fishing net aus strings und sticks und dann okay das ist doch einfach so freue ich mich gerade aufzunehmen weil das ist immer so eine sache ich habe auch eine singleplayer welt weil das macht so viel spaß zu zocken dieses modpack aber ich kann es immer nur eine folge am tag aufnehmen und ich will nicht vor produzieren weil das haben wir schon bei skyblock gehabt und da habe ich dann keinen bock hat das alles hochzuladen und deswegen deswegen nehme ich immer noch eine folge am tag auf die lade ich dann am nächsten tag hoch also aus eurem zeitpunkt jetzt ist die folge gestern aufgenommen worden so wo stellen wir das ding hin den sifter kein platz der braucht viel platz ein bisschen wir stellen den draußen auch kein platz hier so was macht der sifter der sifter macht wenn ich mich nicht tücht dass man da erde und gravel und alles reinpacken kann und ja dann so fishing köder oder essen oder irgend so was raus holt ich glaube ja bait ist ja eigentlich ist was zum essen kann man zumindest essen wir haben hier potato seeds die können wir anbauen wir haben carrot sie können wir anbauen 13 setzlinge die können wir zur erde verarbeiten und ihr merkt ich habe gute laune okay so wer okay haben wir die plattform macht stimmt ich erinnere mich ja ja so und die folge wird diesmal ein bisschen kürzer also ich denke also 13 14 minuten denn draußen ist so geiles wetter da gehe ich heute noch raus okay hier kommt noch erde hin was haben wir hier noch so plattform noch ein bisschen erweitern das macht spaß so machen wir erst mal sechs 18 stück obwohl die plattform ist fertig guck dich das mal an hier so dort haben wir dann machen wir uns hier so eine hau heißt das und eine hacke okay okay ja ich bin zwar ein bisschen krank aber ja gut ich hoffe das stört euch jetzt nicht ach und wenn ist es mir egal wo ist die spitzhacke die spitzhacke haben wir gar nicht und wer noch mit hört nein oh wir hatten sogar noch 13 slaps naja gut die verkrafte ich hier mal schnell zu einem drei viertel so okay dann nehmen wir ich bin noch ganz aufgeregt weil wir angefangen haben aufzunehmen hm wo ist die spitzhacke hin die ist weg oder die spitzhacke vielleicht haben wir die beim sterben verloren das wäre nicht cool bauen wir den kram schnell mit der hand hier ab halt kann over so dann bearbeiten wir das feld und nehmen die carrot seeds und die carrots ballern hier erstmal drauf so sieben karotten schön und aber jetzt haben wir eigentlich solange wir knochenmehl haben fast keine probleme mit essen aber ihr seht das lohnt überhaupt nicht also es lohnt schon aber es ist einfach so wenig essen so was man da kriegt beim kommt ein halbes so eine halbe keule und das ist einfach nur für eine karotte schon ziemlich wenig so dann müssen wir jetzt erstmal bäumchen anpflanzen hier haben wir noch fünf sitzlinge und pam 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 dann habe ich gesehen wir hatten hier eine crook noch drin ja ah wir haben noch zwei dirt geil da kann ich die tomaten gleich mal pflanzen ab in die fluten so ok wir haben jetzt hier äh tomaten und ich würde sagen damit die äh wachsen kann man das mit der hand abbauen oder brauchen wir hier für die spitzhacke ne glaube ich kann man nicht na gut wir bauen erstmal das ab für setzlinge gib mir setzlinge oh geil ein apfel und da ist die crook schon kaputt schade machen wir uns aber gleich eine neue ok so eine neue crook und wir nehmen wir legen das ab das ab das ab das ab das ab das ab das das geht schon gar nicht mehr und wenn wir die pennen weil jetzt kommt monster wieder so perfekt geil zwei setzlinge aus einem blatt so kann es weitergehen uh ok dann hole ich schnell die axt die wir hatten ich wusste gar nicht dass wir eine bekommen haben so und dann setzen wir hier einen und vor allem setzen wir hier oben setzlingen das habe ich ganz vergessen denn die können ja auch schon wachsen die wachsen auch von alleine nur halt nicht so schnell ok dann haben wir schon wieder keine setzlinge das ist eine frechheit ok hier guck dir den gadoven an tschüss tschüss das ist aber witzig wie diese partikel rausfliegen diese kleinen blubberbläschen so dann nehmen wir die 10 bone meal noch können wir ja noch irgendwo hier ist die pickaxe ich bin dumm juhu nehmen wir die lampen mit ups hier entlassen wir die lampe die brauchen wir ja nicht äh die brauchen wir schon sonst spawnen ja ganz viele monster und das will ich nicht und du wir setzen mal hier einen hin damit hier die viecher wachsen nein no 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 mutter nein wir können sich nicht mehr bearbeiten oh was haben wir raus hä wieso war das potato oder tomato seeds ich weiß es gar nicht mehr ah das waren lol ich hab nicht verlesen ich dachte das wären echt ähm tomato seeds gibt es auch tomato oh der hat mich erst wir bekommen oh ah na guck mal es gibt tomato tomato seed ah da waren das kartoffeln auch geil Kartoffeln sind auch gut aber die müssen wir braten sonst bringen die fast nichts ähm genau was mache ich jetzt ich mach wachse was ist denn das für ein baum oh mein gott so gibt wir es jetzt länger ey da gibt es jetzt keiner doch ah ich brauch das jetzt schnell mit der hand ab ist auch nicht so schlimm ok wie viele setzlinge haben wir bekommen wir haben 5 setzlinge das ist stark oh da war noch einer drauf geil so das heißt wir haben 6 6 setzlinge 12 stück jetzt insgesamt und wir hauen die hier rein 4 stück haben wir noch so essen wir schnell den Apfel der Abgrund und ich werde dich trottelfall nachher da runter so dann wachse baum was der hat das ganze alter der das ganze knochen gefressen das finde ich jetzt frech muss ich sagen das ist schon eine frechheit aber das lassen wir uns nicht bieten so so kommen wir uns eine neue Kruk und dann ist die Welt wieder geil Romart so 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 zwei Kruks da habe ich kurz auf die Zeit geguckt und vergessen das Spiel zu gucken aber das ist nicht so schlimm ok was mir gerade nebenbei noch so einfällt wo ich mich noch bei euch bedanken wollte ist einmal von die 70 Abonnenten ist krass wie schnell das auf einmal ging ähm dafür dass ich jetzt noch ein bisschen über ein Jahr dabei bin und ja das ist schon krass und dafür wollte ich einfach nochmal danke sagen auch dass ihr immer schön einschaltet hier aber aber egal wie viele Sesseln wir hier gerade kriegen ein neues Stück haben wir schon wieder ein neues Stück Erde es könnte mal wieder regnen weil dann könnten wir die eine Quest beenden das wäre auch vorteilhaft oder soll ich einfach schnell sagen toggle down fall also ja komm so jetzt könnt ihr natürlich kommen hey cheater aber es ist mir so scheißegal gerade ich werde eigentlich schon diese Quest beenden weil es ja das kann jetzt auch was weiß ich 3 minecraft wochen nicht regnen und das wäre nicht so cool so so wenn wir noch 5 Setzlinge haben wir hier noch einen Stein oder sowas in der Art nein haben wir hier noch was 3 Steine das heißt wir sieben die Erde einmal schnell durch wo ist das Lied 4 3 3 2 Steine ok so dann so wir haben noch 2 Steine übrig dann setzen wir den hin nehmen wir uns den Wunderhammer und hämmen wir das Ding hier kaputt ich möchte schon sagen hä muss jetzt nicht Sand rauskommen aber nein erst kommt Rebel und jetzt haben wir das und gucken ist das fast hier voll naja 1000 brauchen wir ok das ist gleich full so wenn wir schon dabei sind kann ich mir gleich ein bisschen Knochenmehl hier nehmen um hier Carots aber das reicht doch erstmal für Karotten und dann beende ich auch die Aufgabe äh die Aufgabe die Aufnahme gleich wieder denn ich will jetzt auch rausgehen draußen ist so gleiches Wetter aber wir beenden auch schnell die Quest das sollte ja jetzt voll sein ok und ja voll Clay bekommen so dann haben wir noch den Clay wie viel brauchen wir eigentlich für den 9 uns fehlen 2 Clay na gut aber das machen wir in der nächsten Folge wir sitzen jetzt 2 Folgen an diesem hässlichen Teil obwohl die das machen wir jetzt kommen überziehe ich scheiß egal 5 Stück dann hau mal hier den raus so gib dem her Stalin dann Gravel Sand und Dust und jetzt los raus 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 400 Milliliter komm so ok ok ne das mache ich in der nächsten Folge und damit würde ich sagen danke fürs einschalten an alle meine Abonnenten dass ihr da seid alle neuen wenn euch das gefallen hat könnt ihr mich gerne abonnieren Daumen nach oben geben und damit sehen wir uns in der nächsten Folge tschüss bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal